Meine Lieben herzlich willkommen bei Railway Empire 2. Hier ist Opa Maui, euer alter Sack von Hauston TV und ich wünsche wie immer gute Unterhaltung und viel Spaß. Die müsse dahin sein, wenn nicht. Ach, da ist noch einer. Oh, halt. Ja, so. Sehr schön. Die übel im kürzesten Bild können wir ja machen. So, die Teige. Und dann noch. So, das können wir nämlich. Bei dem Unseren. So, das ist der Kürzestrelle. Okay. Soll der Name aber jetzt Nummer 4 Habe ich schon wieder? Was? So, war mal ein Trinkler. Das war es nicht, oder? Ja. Dann brauchen wir erst mal ein bisschen. Ein bisschen Geld machen. Das war es nicht. Das war es nicht. Das war es nicht. Das war es nicht. Und jetzt haben wir wieder eins. Und dann geht's gut. Oh. So. Jetzt nur noch Richtung. Die Richtung. So. Oh. Das ist meine Puschung. Ja. 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 Aber der braucht erstmal. Ein bisschen Bewegung hier rein kriegen. Damit wenigstens schon mal was läuft. Ja. 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 Dann machen wir was anderes, dann machen wir das, dann fängst du hier an, fängst So, fängst du hier an, fängst du an, so, so, und so, und je nachdem wie kriegen sie beide Bekreide für ihre Produktion, so, und die Brauerei natürlich auch kaufen, 0,8, so, ja, 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 von hier aus können wir da rüber, die Ecke, die Ecke mitnehmen, das ist schon Kamera, gut, gut, okay, dann erstmal, eine weitere abgeschlossene Aufgabe, boah, ich bin geschrocken, ey, Bildchen, was, damit ist eine weitere Aufgabe abgehakt, dann lass mich doch jetzt mal lesen, Ja, das wird schon mal mit der Zeit, erledigen jetzt von alleine, schätze ich doch mal. Diese Aufgabe konntest du leider nicht abschließen, was für eine Aufgabe, ist mir doch scheißegal, sorry, die Aufgabe, ich bin hier zum, ich bin hier zum, filmen, ne, was war ich nicht für haben wir nicht. Die sieht nie vorschend aus. Haben wir noch Innovationspunkte. Was macht der? Spielwaren sind auch neu. Das habe ich auch schon sonst einmal gekauft. Wartungsbedarf. Bedarf. Wartungsbedarf. 5% wieder weniger. So. 5% weniger Personalkosten. Für die Weiterbildung ebenfalls. Des Personals. Option. So. Können wir ja später mal alles zusammen kratzen. Was uns hier wird. Kleine Rast. Kleine Panne. So. 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 Wir machen erstmal einen Break, danke schön fürs dabei sein, bis zum nächsten Mal, ich hoffe es hat Spaß gemacht, wie lange möchtest du zockt, zweieinhalb Stunden, danke schön erstmals, ciao.